Hallo. Hallo. Wenn du jetzt dieses Video siehst, ist Stress bestimmt auch ein Thema für dich. Und vielleicht suchst du wie wir nach guten Lösungen. Wir, Isabel und Jürgen von Johnny Happy sind die Veranstalter des ersten Online-Stress-Kongresses. Stress gehört zu unserem Leben. Er ist ein Teil davon. Ein zu viel davon wirkt aber nicht nur belastend, sondern er ist auch einer der wichtigsten Krankheitsauslöser. Stress führt zu Problemen wie Magen-Darm-Beschwerden, Bluthochdruck, Depressionen und so vieles mehr. Mir ist bewusst geworden, dass ich in einer Vielzahl von Rollen feststeckte, die ich perfekt bedienen wollte. Jeden Tag versuchte ich auf neue diesen Spagat zwischen Hausfrau, Mutter, Tochter, Ehefrau und Unternehmerin irgendwie hinzubekommen. Das hat mich enorm gestresst. Und ich habe mich irgendwann gefragt, wer bin ich eigentlich ohne all diese Rollen? Eine Veränderung meiner Lebensgewohnheiten hat auch zu einer Veränderung meines Bewusstseins geführt. Und ich weiß jetzt, dass unter anderem ein liebevoller Blick auf mich und meine Bedürfnisse Stress nehmen können und so viel mehr Ruhe und Gelassenheit im Leben führen. Ich habe mich vor einiger Zeit gefragt, warum bin ich eigentlich manchmal so gestresst? Und was macht ein wirklich zufriedenes und erfülltes Leben aus? Und die Antwort, die ich darauf gefunden habe, war, ich habe eigentlich gar keine Ahnung davon. Und deshalb habe ich mich auf den Weg gemacht, mich selber besser kennen zu lernen. Auf diesem Weg hat mir Achtsamkeit und Meditation sehr geholfen, einen tieferen Einblick in meine Persönlichkeit zu bekommen, mehr Bewusstsein für mich zu entwickeln und einen Abstand zwischen der Wahrnehmung und der Beurteilung einer Situation zurück. In unserem Kongress sprechen wir mit wunderbaren Experten, um das Thema Stress von verschiedenen Seiten zu betrachten. Wir sprechen über Ursachen und Auswirkungen von Stress und darüber, wie wir aus der Belastung heraus in ein zufriedeneres und gelasseneres Leben kommen können. Und wenn du einen Teil dieser Reise mit uns gehen möchtest, laden wir dich ganz herzlich dazu ein, mit uns Wege zu finden für ein zufriedeneres Leben. Und vielleicht besteht ja auch die Möglichkeit, dass Stress nur der Wegweiser ist für die unglaubliche Möglichkeit zu echter Veränderung. Eine Veränderung, die wir in uns selber gestalten können und die wir in der Hand haben. Die Teilnahme ist vollkommen kostenlos. Während der Kongresszeit erhältst du Zugang zu allen Videointerviews. Und du erhältst nicht nur Zugang zur geschlossenen Facebook-Gruppe, wo du dich mit uns und anderen Kongress-Teilnehmern austauschen kannst, sondern auch ein E-Book zum Thema Stress und einen Stresstest, um deinen persönlichen Stresslevel herauszufinden. Zögere also nicht und trag dich jetzt ein. Wir freuen uns sehr auf dich.